Der Große Chor singt überwiegend Chorsinfonische Werke mit dem Sinfonieorchester oder mit dem Kleinen Sinfonieorchester, meistens in der Berliner Philharmonie, manchmal auch gelegentlich ein paar Akapella-Stücke. Du singst halt mit 200 Leuten zusammen. Das ist schon eine andere Erfahrung, als wenn du es mit 15 Leuten zusammen im Chor hast. Wir sind total heterogen. Wir haben viele Studierende natürlich und dann hat auch ein paar Berentete und ein paar Mitarbeitende, so wie ich. Das ist einfach eine tolle Mischung. Und dann kommt dazu, dass das Collegium Musicum natürlich auch die ganz exquisiten Schauplätze wie die Philharmonie gespielt. Und das ist eben auch ganz großartig. Es ist einfach toll, ein Teil zu sein von so einer großen Geschichte. Und deswegen wirkt man gerne mit und kann hoffentlich seinen eigenen Teil mit beibringen, dass es auch noch besser wird.